Der Wind zieht auf, es fängt an zu regnen. Es sind die ersten Vorboten von Irma. Der Monster-Hurricane rückt auf Florida zu. Rund 5,6 Millionen Einwohner des US-Bundesstaates sind aufgefordert, sich vor dem Sturm in Sicherheit zu bringen. Hunderttausende Einwohner sind bereits auf der Flucht vor dem Wirbelsturm. Mehr als 54.000 Menschen finden in Notunterkünften Zuflucht. Das US-Militär mobilisiert in Erwartung des Hurricanes tausende Soldaten. Damit sollen Such- und Rettungsmissionen sowie Evakuierungen unterstützt werden. Unterdessen zieht Irma über den Norden Kubas hinweg. Weite Landstriche werden schwer getroffen. Informationen über Opfer gibt es zunächst keine. Irma hatte in den vergangenen Tagen bereits auf mehreren Karibikinseln schwere Verwüstungen angerichtet und mindestens 25 Menschen getötet. Meteorologen beobachten derweil zwei weitere Atlantikstürme, José und Katja. Katja traf als Hurricane der Kategorie 1 auf die Ostküste Mexikos. José rückt als Hurricane der Kategorie 4 auf die bereits von Irma schwer getroffenen Karibikinseln vor. 1 0 0 0 0 0 0 0 Vielen Dank.